hallo in einer weiteren folge fort mit mir dem herrn gleich und dem herrn sofort nebendran keine ahnung warum die lippen nicht auseinander bekommen ich muss die ganz krank jetzt machen ja gehen mal bitte da ganz kurz mit dem kopf runter oder ja so kann man es nicht sehen balloons fort nightmares neuigkeiten balloons so sollen kommen vorlesen in flight balloons zu defy gravity hat bei uns zu in grieße altitude bedeutet ihr könnt die also was ist denn das schon wieder ja dass man dann bald mit ballons quasi die die schwerkraft außer kraft setzen kann und je mehr ballons man dann hat desto höher kann man dann quasi fliegen super da freue ich mich schon riesig drauf ja aber heute kommen wir zum daily shop daily shop so erhaut wird dies abelt ich habe bis jetzt noch nicht geguckt ob das so aus dem locker aus dem spinnt hier oben entfernt wurde bei mir auf dem erste kommt dass ich hier mal wenn es entfernt wurde und es nicht mehr zurückkommt weil sie irgendeinen fehler gemacht habe ich auch ich raste wegen was ganz anderem aus ja da gab es hier einen schönen back ja geh mal da in die events sein challenges da gab es einen schönen back da unten 200 sterne ja die habe ich bekommen aber gleich nicht also auch noch mal eine counter die bekommen ja und mir hatte da zu dem zeitpunkt die zeit gefehlt und naja der mache später mal später mal später gedacht er guckt er geht mit mir ins büro und was passiert er startet das spiel nein erst mal habe ich erst mal unten die meldungen sind dicken für die ausrufe das spiel dann geht auf battle royale dann sieht er ein ausrufezeichen wo drauf steht dass irgendwas mit mit challenge herausforderungen irgendwas gefixt wurde und dass die belohnungssystem ja dass diejenigen die was bekommen haben das auch behalten und waschbär hat sie sich dann gedacht ohne das muss ganz gut ausprobieren wo muss ich noch mal landen hatte zum zum tiki gesagt dann hat waschbär wieder gesagt so und ist dort hingegangen und hat die aufgabe auch bekommen geht raus und kriegt keine 20 stufen also für die leute nicht mitbekommen haben für die leute die es nicht mitbekommen haben um was es genau geht also mit diesem fehler konnten sich spieler heute 35 stufen ergaunern er schummeln ergaunern ja was heißt er schummeln das war ja ein fehler von von epic games gewesen und ja aber ist schön dass ihr die behalten dürft ich glaube ich habe gleich ein wenig stufen stufen bekommen 15 ganze stufen bekommen ich habe natürlich 35 bekommen und bin jetzt ich war jetzt heute am anfang weil ich level 38 bin ich einfach will er macht keine herausforderung er macht keine herausforderung ich hab da macht die scheiße da ja und dann kommt so ein fehler daher und dann plötzlich macht er mal einfach 35 stufen nach oben ja für nix für nix ich lande dort lande dort lande dort ha 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 das mache ich alter ich raste aus mann eine scheiße ehrlich war dann heute ja heute das kommt noch mit hinzu ist also ich war heute sowieso mega abgenervt unfassbar abgenervt ja also nicht nur dass das der fall war sondern egal in welches drecks match wir reingekommen sind egal in welchen kampf immer gleich am anfang nein sie haben nicht irgendwie was weiß ich ihn angegriffen sie haben gleich als allererstes mich getargett mich genockt und dann direkt gefinished und das war in jedem drecks match so selbst wenn er direkt vor dem gegner war ich war weiter weg ich wurde als erstes gelockt und gefinished und dann alter war ich heute sauer also heute war ich mega genervt aber gut dann kommen die ganzen drecks zombies noch liegst du mal da dann könnte einmal hoch helfen dann bist du von tausenden von zombies umzingelt ich habe erst noch dabei auch noch dumm von mir muss ich ehrlich sagen war dumm von mir ich habe mir noch gedacht habe nein wie blöde also jetzt wirklich ohne scheiß leute ihr könnt gerne darüber lachen ja das war jetzt wirklich ziemlich dämlich ich habe mir noch gedacht ich lege mich zwischen die ganzen weil wenn man liegt die zombies greifen einen nicht an ja ich lege mich zwischen die ganzen zombies die da sind und denkt mir dann bin ich erst mal safe vor den gegnern nur woran ich nicht gedacht habe du bist auch sehr informiert ja sofort kann mir nicht mehr hoch helfen ja das war wieder ein 200 iq play von waschbär ey du hast du mir reingeguckt alter reich heute so jetzt lass uns in den shop reingehen ja ja ich dann lass uns jetzt in diesen shop heute reingehen da ist der nächste den den ich gelegt hatte der patch patroler ja also kompletter wieso also ich finde ihn nicht so geil kompletter kann man das nicht sagen aber sieht doch toll aus ich gebe dem einen von zehn guck mal der hat da unten eine garten eine garten gabel da unten im stiefel ja ich gebe dem einen von zehn guck mal wie der kürbis guckt hier so sah ich heute aus in einer tour ja ja kommend ich haben sie auch manchmal abgenervt oder was auch in jedem mitschwas genervt ja nicht nur von den zombies also wie wir ich finde den nicht so toll ich gebe dem aber immerhin ich habe sieben von zehn von mir sind immer noch das andere war ja auch schon gewertet das waren ja neun von sie dann gegeben aber so was das kommt jetzt war es ja shadow ops da ist er der shadow ops das er Wir sollen doch mal in den Deutschkurs gehen. Sie. Richtig. Die Shadow Ops. Richtig. The Shadow Ops. Der Shadow Mops. What the fuck? Okay. Was haben wir hier? 4 von 10. Ich geb dir ein bisschen mehr. Ich geb dir 5 von 10. Okay. Die Autochrie 3 von 10? Ja. Seh ich ähnlich. Work it off. Was gibt's denn dem Ding? 7 von 10. Ich auch. Maximilian. 0 von 10. Nein, dem geb ich immerhin. 6 von 10. 6 von 10. Du gibst der. 5 von 10. Und dem 10 von 10. Der sieht so beschissen aus. 0 von 10. Und 10 von 10. 10 von 10. Wolf? 10 von 10. Ich meine, okay. Ich liebe Hunde. Nein, nein, nein. Das Ding möchte ich gerne sehen. Das Ding möchte ich gerne sehen. Das, den möchte ich gerne sehen. Wir gehen mit einem Hundertwösten, das bestimmt geil. Ja, erstens, zweitens, ich liebe Hunde. Also. Rollen die bei dir so. wollen die hunde bei denen das ist ein wolfsschrei und nicht was sind wölfe wölfe so deswegen heißen sie ja wölfe und nicht hunde ich gebe dem ding 7 von 10 ich bin aber mal gespannt also wie gesagt wahrscheinlich mit dem mit dem letzten skin mit dem 100er skin ist das bestimmt cool ja wenn man den letzten skin hat dann ist es bestimmt eine 9 von 10 also wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr bein like in amokota freuen schreibt hashtag waschi unten in die kommentare macht eh keiner macht keiner macht keiner wahrscheinlich der waschbär macht keiner guckt ich sag's dir macht keiner so also jetzt kommt ich sage ich sage ich sage Ich habe mich noch nicht so gut!